Das Schöne an jedem Morgen ist die Fahrt hier nach Panu. Warum? Weil wir hier einen sehr, sehr modernen Standort haben, den wir in den letzten Jahren aufbauen konnten. Im Bereich der Mitarbeiter sehen wir, dass wir hier mit sehr, sehr jungen Mitarbeitern immer mehr bewegen können und es bleibt dabei, dass wir sehr viel Spaß haben an dem, was wir tun. Für die Westküste wünschen wir uns als Panu, dass wir weiterhin an dem Ausbau der Infrastruktur arbeiten. Sowohl im Bereich der Energie als aber auch im Bereich der Transportwege brauchen wir Verbesserungen. Auch im Hinblick auf die Möglichkeiten, dass unsere Mitarbeiter zu uns kommen können, wünschen wir uns Verbesserungen.